Die wunderbare Wonder Woman. Gleich geht's weiter. Da ist der Dickmann. Und die sind frisch, Mann. Warum ist Dickmann? Und das schmeckt, Mann. Nein, das ist der Dickmann. Und nur wo Dickmanns draufsteht, sind auch Dickmanns drin. Jurassic Park kommt jetzt zu euch nach Haus. Mit heldenhaften Forschern. Echt gigantischen Sinusauriern. Den Originalfahrzeugen und ihrer Action-Ausrüstung. Und mit allen Super-Dinos der Urzeit. In deinem Jurassic Park. Das Originalspielzeug. Jetzt im Handel. Erst plaxen, dann putzen. Mit dem neuen Plax. Stimmt, von Colgate. Ja, das neue Plax löst Zahnbelag jetzt noch gründlicher. So werden Zähne viel sauberer und sind deshalb auch lange nach dem Putzen wie frisch geplaxt. Colgate Plax. Den ganzen Tag wie frisch geplaxt. Nightstar Petra leuchtet toll. Ja, die Nightstar-Kleider und der Schmuck. Alles leuchtet im Dunkeln. Auch die beiden wunderschönen Himmelbetten. Oh, die Zaubersterne. Nightstar Petra und Fred mit der Haarschleife für dich. Nightstar Petra leuchtet toll. Nightstar Petra. Beim Essen, auch bei kleinen Snacks, sinkt der pH-Wert in Ihrem Mund auf ein Niveau, bei dem ein Säureangriff auf Ihre Zähne beginnt, der über mehrere Stunden anhält. Dies kann Karies verursachen. Wenn Sie allerdings gleich nach dem Essen den Zahnpflege-Kaugummi Wrigleys Extra kauen, wird der pH-Wert in Ihrem Mund schon nach wenigen Minuten neutralisiert und der Säureangriff vermindert. Wrigleys Extra. Regelmäßiger Gebrauch pflegt die Zähne und vermindert die Karies verursachenden Säuren. Super-Nintendos neuster Hit heißt Zelda und der greift mächtig mit. Taucht ein in diese Zauberwelt und kämpft wie Link der Super-Held. Restet die Prozesse noch spöttlich zu klauen. Dazu müsst ihr dem Drachen die Rübe abhauen. Also zeig, was du kannst. Steh deinem Mann, denn Zelda zörnt sich tierisch an. Zelda nur für Super-Nintendo. Nintendo, I want it all. Immer mehr Paare gehen nach einer langen Ehe plötzlich auseinander. Da, besonders um die Hüften, bilden Sie Ihrem Körper eine Chance. Sündigen Sie täglich. Anregungen finden Sie im Harzinger Hespel. Rufen Sie mich an. Es wirkt. Harzinger. Der leckere Käse, der aus der Rolle fällt. Was hat Ihre Bank Ihnen zuletzt geschenkt? Einen Kugelschreiber. Einen Kalender. Einen Sparschwein. Wir schenken Ihnen die Freiheit. Mit dem neuen BFG-Card-in-Fonkonto. Telebanking und Visa-Card inklusive. Bankgeschäfte einfach per Telefon? Und Visa-Card. Kann ich damit auf der ganzen Welt bezahlen? Klar. Und was kostet dieses neue Konto? Zwölf Mark im Monat. Der Mensch, das Leben, die Bank. BFG Bank AG. Ein riesiger Orkawal. Wo? Ein zwölfjähriger Ausreißer. Sieht so aus, als hätte Wörling Blutsbruder gefunden. Eine außergewöhnliche Freundschaft. Wir wollen ihn hier umbringen. Lassen uns befreien. In einem mitreißenden Filmabenteuer. Mami, ja! Free Willy. Ab 10. Februar im Kino. Was? Nur zweimal im Jahr? Weihnachten und Ostern. Das ist mir nicht genug. Die Kirsche ist der Höhepunkt. Die hat so was Frisches. Ich warte doch nicht, bis ich sie geschenkt bekomme. Ich hole sie mir immer mit der Sonntagszeitung. Da kann man so schön relaxen. Mon Cherie mit der Piemont-Kirsche. Das Geheimnis von Frische und Feuer. Das Schönste an der Versuchung ist das Nachgeben. Kann denn Kirsche Sünde sein? Wer ist Kirby? Ein knuddeliger kleiner Kerl, der zum Kraftpaket werden kann. Oder zum Western-Helden. Oder zum Musketier. Denn in Kirby's Adventure muss er die gestohlenen Träume von Dreamland wieder zurückgewinnen. Kirby ist wirklich niedlich. Aber wehe, du kommst ihm in die Quere. Kirby's Adventure, jetzt auch für dein NES. Nintendo, I want it all. Psst, wir dürfen den jetzt nicht unterbrechen. Sonst schafft er es nicht um 19.10 Uhr bei Aber Hallo. Aber Hallo, die Frank-Elstner-Show. Heute 19.10 Uhr bei RTL.